Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heisse Damaris und das ist Oli. Und wir gehen jetzt in Mac. Wir gehen in Ferien mit meiner Familie. Sie sind in einem anderen Auto. Weil man jetzt nicht auf geht mit den Autos. Wir gehen auf Konstanz. Für drei Tage. Bis zum 31. Dann komme ich mal wieder mit. Wir gehen jetzt Guts Nacht. Wir sind schon da oder? Ja. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Wir machen heute nicht mehr so viel. Noch ein bisschen Spielen oder so. Wahrscheinlich fühle mich nicht mehr so viel heute. Bis morgen! Wir gehen heute auf Meersburg. Wir gehen jetzt auf die Pären. Von Konstanz auf Konstanz aus auf Meersburg. Wir fahren einfach ins Nichts raus. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik Wir haben gedacht, wir gehen noch die Sonne ein bisschen suchen und wir sind jetzt auf den Gehrenberg hochfahren. Gehrenberg, oder? Gehrenberg. Noch ein bisschen Sonne geniessen. Sonne scheint auf jeden Fall schon mal. Wenn wir schon in Konstanz sind, wo das nur ein Nebel liegt. Musik Musik Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Konstanz, gehen wieder auf die Fähre und dann gehen wir ins Hotelzimmer und nachher gehen wir ins Thermalbad. Wir sind heute noch in der Zerme in Konstanz. Es war mega gemütlich, es war mega warmes Wasser dort. Und nachher haben wir jetzt nachgeessen und jetzt habe ich die Kamera nicht mehr mitgenommen. Darum hat es keine Bilder von dort. Dann gehen wir ins Bett. Bis morgen! Guten Morgen! Wir sind jetzt super weg. Sehr schön, Pasal drob. Sehr schön, super weg. Wir sind jetzt in den Mainau. Das ist mega schön. Aha, okay. Ich bin jetzt in den Mainau. Ich bin jetzt in den Mainau. Ich bin jetzt in den Mainau. Wo ist das? Ganz speziell. Das rand ist ja gut. Wie ist das nun? Ja. Wir gehen jetzt wieder in den Konstanz Bahnhof und essen dort irgendwo zum Mittag. Sehr gerne. Spenden wir einen Döner finden oder so. Oder vielleicht am Subway. Wir haben Vietnammittag nicht so viel gemacht. Wir sind shoppen und nachher sind wir noch ein guter Dessert essen. Und jetzt sind wir wieder zuhause. Also im Hotelzimmer. Und jetzt essen wir noch etwas Gemütliches zu Nacht. Und morgen geht es schon wieder zuhause. Morgen ist Silvester. Der letzte Tag von diesem Jahr. Ich habe nicht mehr 20. 21. 3. 8. 28. Das war's. Guten Nacht, bis morgen. Ähm, Tunnel. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir sind jetzt schon wieder über die Grenze. Und dann wäre es ein bisschen mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann hoffe ich, dass wieder mal ein bisschen regelmässiger Videos kommen von mir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020